Guten Tag hier spricht wieder euer Peter und wir spielen weiter Bayern München im Champion Trophäe So, alles passt und los geht's Warte, stark zu hakt So, gut gemacht Und jetzt machen wir einfach weiter Das letzte Spiel in der Vorhunde Und Tor, Leute Das erste Tor von Mario Götze Das war ein schönes Tor, oder Leute? Das war ein schönes Tor Und jetzt gehen wir in die Meter Ein paar Zentimeter Flankenhäuser Oh, das war Es war zu steil in die Aber ein gutes Tor Und los geht's Leute Boah, die macht aber ein gutes Tor Aber neu, wir haben neue im Tor Immer gut, neue im Tor Schönes Kondas Spiel Schönes Kondas Spiel Aber die krieg ich noch nicht so gebacken, Leute Schönes Kondas Spiel Schönes Spiel Schönes Spiel, Leute Schönes Spiel Schönes Spiel Abseite? Ja, für Ordnungsabseite, aber machen wir weiter. Ein Ansturz, ein Ansturz, Absturz von Neuer, Neuer. Mann, Sporting spielt aber echt gut. David Alaba, Flanken im Meter. Tun wir ankommen, weiter. Immer weiter drauf, Bayern spielt richtig gut nach vorne. In die Meter, nach rüber, und aus. Das war ein bisschen wie da wieder ein V, Mann. Das ist so ein... Allah gibt's ja schnell Geld, finde ich. Oder Leute, da gibt's so viel Geld in der letzten Zeit. Ich bin so richtig nervig, finde ich, leider. Dass es so viel Geld immer gibt. Aber es wird so viel. Wir spielen immer unter Tempo gut, mal nach vorne. Gut, Götze aller Götze, Lahm, mit ziemlich gutes Ziel. Oh, das war ein bisschen zu steil. Ein Wurf, gut. Bauen wieder mit Bartstu bei Boateng hinauf. Und gehen wir nach vorne mit Raffinio. Ja, leider konnten wir nicht durchstarten. Aber wir haben ihre Beine wieder bekommen. Lahm. Götze, Götze, ist hier. Ah, lupt. Das war das jetzt schon gut. Wie dann? Der Schiedsrichter ist echt ein bisschen komisch heute zu spielen. Der Grada ist ein bisschen parteiisch. Oder Leute? Ah, und so kriegt er den Bann noch. Er kriegt ihn. Ah, Müller kam mit Raffinio weiter. Aber die Bayern spielen ein solides Spiel. Wieder an die Seite hin zu Lahm. Lahm, Flanke in die Mitte. Und... Ah, keiner in der Mitte. Lehmann Durfti hat ihn nicht kriegen können. Immer drauf, Leute. Ah, und wieder langsam aufbauen. Immer aufbauen. Ruhig aufbauen. Von hinten und nach vorne. Langsam aufbauen. Faul, Alter. Beim Lehmann oder bei anderen Spielen hätten wir eine gelbe Karte gekriegt. Aber... Die Anna kriegen keine gelbe Karte. Wir kriegen... Wir sind auch faul. Ah, so... Er will in die Stadt hin. Er will in die Stadt hin. Er will in die Stadt hin. Oah, Mann. Aber es sieht cooles Spiel. Drei Minuten werden hier nachgespielt. Wieder langsam von hinten Aufbau. Halbzeitpfiff Bayern führt 1-0 gegen Sporting Litterborn. Mal schauen was es hier abgeht hier im Spiel. So, ich das muss sagen, Lahm könnte man mal rausnehmen, dass er keine rote Karte kriegt, würde ich sagen. Dafür könnte man Koma nicht. So, und die Anna bleibt immer noch drin, würde ich sagen, Leute. Dann wollen wir natürlich die Philipp Lahm hier, dass er eine rote Karte bekommt. So, Leute, jetzt müssen wir irgendwie das eine Tor irgendwie ausbauen und damit können wir dann das Ding auch gewinnen. Aber natürlich bauen wir von hinten langsam auf. Oh, da schnellt der Kosta, macht Tempo jetzt wieder auf der linken Seite, macht er wieder Tempo. Ah, wieder zum nahenden Tor kommen wir dann. Ah, Müller kam mit drauf. Schöner Kopfball, das war mit einem Riederkopfball. So, endlich kriegt ein mehr Achmen da. So, hier wird wieder angewechselt. Uh, das erste Spiel gegen Hamburger SV. So. So, machen wir mal einen kleinen. So, Leute, bauen wir wieder gemütlich von hinten auf. Komma, Kindle, komm mal, macht wieder die rechte Seite. Abseits jetzt auch ein bisschen. Ah, das stimmt schon ziemlich gut, oder? Super, Stimme hier in diesem Pod. Boah, Mann, die haben hier Glück. Alter, ist es nervig, Junge. Den, haben die Glück. Weg die Pille. Nun, erstmal ein bisschen weg die Pille. Ah, wollte man noch viel zurück, aber nicht. Aber, Leute, jetzt tun wir mal noch die Pille wegzulegen. wieder nirgendwo der Alonso rausnehmen chemisch nehmen und und Costa hat man eine Pause und kann Alonso und und Costa können sich eine kleine Pause machen Mann, das war ein echt schönes Tor fast ein Tor vergibt das war nicht so gut vom Badstube kriegt der Dinge aber wir haben unseren neuer der halt jeden Ball, Leute ich denke so die Trainingssache die werde ich dann so immer ich ne Pause mache Wolkepause mache immer, Leute wenn es dann zum Drehüberwand wichtig ist wird das Wetter entlassen so wird es dann sein weil der Sporting macht gut das Spiel es war aber fast klar dass sie mir noch ein Tor kassieren es war aber fast klar wie wir gespielt haben wie wir gespielt haben ah, Mist oh, Mann, der Mist ist echt süffbar das ist ein Verlierer in Schwede das ist ein Verlierer in Schwede aus dem Drehbuch das ist ein Verlierer in Schwede das ist ein Verlierer in Schwede und es ist ein Verlierer in Schwede Ah, man, schon werde ich durchkommen. So, komm einfach nicht durch, nein. Zwei Minuten wird noch nachgespielt. Alter, glücklich, echt glücklich. Ein Unentschied im letzten Gruppenspiel leider. So, Leute, oh, Liverpool hat gewonnen. Und Zwickler hat nur Unentschiede und Stoke und hat gewonnen. Ah, dann schauen wir mal. Wow, okay. Okay, oh, was hat man da bekommen? Neue, im Büro haben wir ein paar neue Sachen. Nachrichten gelesen. Oh, dann merken wir ein neues Spiel. Na ja, nicht so der Trainer. So, die nächste. Oh, ich bin Büro. Oh, ich bin Büro. Ja, ich bin Büro. Das ist ein neues Spiel. Oh, ich bin Büro. Ich bin Büro. Aber Leute, ich somit sag, euer Peter, geben wir dir tschüss, bis dahin und pici!